ach ja ja leider gut jetzt war ich ein bisschen übersteuert war fortfahren ich muss mal ja bei den anderen wählen das könnte nicht sein ich wähle bei den da ok also machen wir das ganze normal das ist doch ein bisschen härter als ich gedacht habe wo wir ja gegen den schon mal angetreten sind den pudiken lässt sich mal jetzt also vorher glaube der dürfte uns eigentlich mehr oder weniger nicht stören doch guter tustelig die iran meine güter gut das sind unsere erfahrungspunkte oder was oder um stärker zu werden aber ich möchte ja gegen den gegner doch noch mal antreten und daher so dass ich mal schaue noch komm ja da gibt es doch nicht ja ist doch gut nur da hörst du jetzt auf ja mist da wollte ich eigentlich noch nicht hin ich will den mit dem besiegen ach jetzt hat sie mich doch erwischt aber nur wegen der blöden körper aber ich denke nicht ja richtig sehe ich muss mir etwas hier an der rand aufhalten da ich denke ja doch ist doch gut ich sehe das bin ich doch nicht ja wo ist er wo ist er nein warum siehst du in die richtung ach junger ich fand na sag mal ich sehe dich nicht ich sehe dich nicht wieso verdammt euch noch mal warum das jetzt ja jedes mal komme ich verkehrt ja ja doch ist doch gut ich könnte nicht ausweichen ich kann es einfach nicht den ausweichen es tut mir leid also weil die kamera ich sehe den überhaupt nicht ich weiß nicht wo er kommt oder sonst was ich sehe ihn einfach nicht ok noch neuer versuch und du lass mich zufrieden und riss das dann auch noch auf ich bin sowieso etwas geladen jetzt ja so an den gegner wärmer habe ich ja sowieso gekommen vor allen dingen haben wir ja schon mal besiegt gehabt aber ich glaube da war die etwas größer gewesen die arena die ba usual die das die 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 Ja, meine, ja, Junge, ich hasse das, ja, ey, ich wollte bald weg Na, komm, ja, meine, du gibst auf mich doch schon, oder, ja, ja, danke Oh, meine Ja, das gibt's doch gar nicht Aber wo ist denn der denn? Meine, 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 meine Ja, danke Äh, ja Ja Gibt's doch nicht Ich kann mal reinstellen, ist ja fort, hier ist wohl Ja, sag mal Ich bin überhaupt nicht mehr Ja, jetzt ist er, äh, bewusstlos, wie es er sieht Aber nicht mal locker Denn, ach, greift mich schon mal ein Oh, jetzt ist mal wer weg Blöde Kammeral, es kann, es gibt's doch nicht Ja Ja, ja, Glöde, komm mal raus, bleib doch mal stehen Ja Ja Ja, doch schon mal da Ja, danke Ich habe euch denn direkt ins Mal getroffen und deswegen Na, jetzt sammle die, äh, die ein Ja, komm, 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 sie müssen sich genau in der Hälfte halten, in der Mitte Ja, komm, komm, nein, 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 du hast es gleich geschafft Jawoll, jetzt am weinen Mann, 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 das war ein harter Kampf So Äh Wo muss ich jetzt 예ens lang? Hallo? Hilfe Wo muss ich lang Wo geht ich da lang? Ja, komm. Äh, ha, 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 ha. Wenn ich da lang gehe, komm ich da hin? Ne, von da komm ich. Also. Von da wär ich gekommen, wenn ich, äh, wo ich da letztes Mal gestorben bin, also in der letzten Aufnahme, müsste ich dann von da gekommen sein und daher, äh, gehen wir in diese Richtung. Und da kommen wir nämlich hoffentlich zum Speicherpunkt, aber erst einmal gerade zum Ladebildschirm. Okay, dann fragen wir nochmal. Hallo, ich möchte fragen. Du bist weit gekommen. Was möchtest du wissen? Herr der Meeresstadt. Brigantier ist eine Folklore der übelsten Sorte. Aber auch er hat Schwächen. Einmal ist er bei einem Blitz auf dem Meeresgrund geflohen. Vielleicht mit einem gezielten Schlag auf den Schwanz. Schatz. Es gibt Gerüchte über einen Schatz, gut versteckt im vergessenen Palast. Ein Bote brachte ihn in die Meeresstadt. Das ist schon lange her. Brigantier war einst eine friedfertige Seele. Nach seiner Befleckung durch das Vergessen verwandelte er sich in eine böse Folklore. Vergessener Palast. Der König der Meeresstadt lebte einst im vergessenen Palast. Eine wundersame Sammlung der Elixiere und Schätze des Königs liegt im Palast verboren. Okay. Ich weiß es jetzt nicht ob man den Schatz bereits haben. Hier ist noch einer. Jetzt meine ich den Mund damit. Ich schätze der Herr der Ferries wird ab jetzt alle Schlachten anführen. Aha. Hier können wir speichern. Aber erst frage ich den ja nochmal. Wie viele Jahre sind vergangen? Ich kann kaum glauben dass die Eatser vergessen verlässt absorbiert worden. Aha. Okay. Suchen. Daten speichern. Äh. Meeresstadt. So. Ich werde ja noch weiter den Ballast erkunden bevor ich wie gesagt den Level beende. Ich habe mich lange überlegt was ich mache. Ich weiß aber nicht ob mir gegen die Folklore ja nochmal die zweite antreten müssen. Äh. Das kann ich auch. Och meine was soll denn das? Ach. Ach. Warte. Ja. Ja. Danke. Es ist lieber Glücksdorf hier Alter. Junge. Es gibt's doch wohl nicht. Was soll denn das? Ich will lass das jetzt hier. Lass das jetzt hier.